Vielleicht kann jetzt der Trump... Vielleicht... Ja. Und weg ist der Trumpy Bumpy wieder. Trumpy Bumpy for the win! Make America great again, please! Geil! So, mach Chicken Mento... Toll. Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Totally Accurate. Ich hab keine Lust mehr. Ähm... Ja... Battle Simulator übrigens. Hab ich nicht vergessen, aber ich hab keine Lust mehr. Ähm... Naja, Lust hab ich schon noch drauf, aber dieses Level, das geht mir so auf den Sack! So auf den Sack! Mann! Ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll, verdammt. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, Musketti. Wir können ja mal probieren, die etwas weiter zu verteilen. Na? Das könnten wir probieren. So, probieren wir mal das so. Weil die können sich nicht alle auf einen konzentrieren. Ja, das bleibt halt nicht stehen, sondern lauft weiter. Alter, die treffen viel besser als meine. Meine treffen gar nicht. Toll! Alter, zwei Schüsse sind gefallen und die da sind alle weg. Toll! Ja, die können's noch raushalten, ne? Die können's noch rausreiten. Ja, wohl nicht. Zwei Leute hier gegen 50. Das glaub ich ja selber nicht. Ne, das glaub ich auch nicht. Ah, Mann! Alle wieder weg. Ja, ich weiß, einer ist noch übrig geblieben. Nehmen wir auch noch mit. Ja, komm, irgendwo muss doch was da sein. So, wie sieht's denn mit dem aus? Wie sieht's mit dem aus, mit dem aus, mit dem aus? Starten! Na los, schieß! Schieß! Toll! Das erreicht die ja nicht mal. Und der da ist auch total deplatziert. Gut, machen wir das mal anders. Napoleon, gehst du mal hier hin. So! Gehst du hier hin. Hier hin. Und hier hin. So, und jetzt will ich was sehen, Jungs! Ich will was sehen! Was ist das alles, was ihr drauf habt, oder was? Alter, was ist denn das? Konzentriert ihr euch jetzt nur auf den hier? Auf den hier! Ist es euer Ernst? Du erreichst den nicht mal, ja? Aber es sieht schon mal besser aus. Es sieht besser aus. Das könnte noch was werden. Das könnte noch was werden. Ja, 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 ja. Du, er, du machst ja gar nichts. Aber wir haben's geschafft! Jaaa! Geil! So, jetzt kommen die hier auch mit Kanonen. Super! Musketen und Kanonen, toll! Und es ist wieder das gleiche Land. Na toll! Super! Also der hier hat auf jeden Fall was gebracht. Da können wir theoretisch auch zwei hin platzieren. Mal gucken, ob das was bringt, wenn wir die so dicht platzieren. So, ich glaub nämlich wirklich, der Trump ist noch ein bisschen früh, als dass der was bringt. So, hier in der Kuh hat er nichts gebracht. Ich weiß nicht, ist der schon tot? Nee, noch nicht. Jetzt ist er weg! Jetzt ist der andere auch weg, toll! So, die sind alle noch am Start. Das ist gut. Vielleicht muss ich die anderen auch noch ein bisschen deplatzieren. Aha! Das könnte noch was werden. Wir haben's geschafft! Alter, jetzt rushen wir wieder durch. Das gibt's doch gar nicht. Und ich glaub, ich nehm wieder diese Kanonen. Die sind gar nicht so übel. So, aber ich deplatzier sie etwas. Der kommt hier auch hin. Und ach, ich kann gar nicht. Ich kann nur zwei, ich kann nur vier Stück davon platzieren. Das ist natürlich scheiße. Ah, und die sind gleich weg. Die sind natürlich gleich weg. Ihr solltet euch... Wem sag ich das eigentlich? Okay, wir sollten immer mal uns annähern an das, was die haben. Immer an das, was die haben, annähern. So. Mal drei von dem hier. Und dann 60. Ja, drei Stück kann ich da platzieren. Toll. Bringt jetzt nicht allzu viel. Alter, und dann sind gleich alle weg. Oh Gott. Okay, machen wir die hier hin. Dann sind die wenigstens noch nützlich vielleicht vorher. Die gehen ja auf die vordersten, ne? Auf die vordersten gehen sie. So wie ich das jetzt mitkriege. Ah, dann wär's ja blöd denn da vorne hin. So, gucken wir mal auf was die jetzt gehen. Ich glaub nämlich, die gehen alle erst mal auf die da. Ein bisschen Spielmechanik lernen ist gar nicht verkehrt. So, jetzt sind die alle tot. Das heißt, jetzt gehen sie auf den hier. Ja, und haben ihn schon mal defeated. Die haben einen Chicken Man. Die haben einen fucking Chicken Man. Vielleicht sollte ich auch einen Chicken Man platzieren. Michelin, yes. Chicken Man. Chicken Man. Aber ich kann halt nur einen Chicken Man verbreiten, hä? Vielleicht mach ich das auch so, dass ich zwei Chicken Man... Sollte ich das tun? Starten? Chicken Man? Chicken Man for the win? Jawohl, er nicht. Scheiße. Okay. Aber die haben einen Chicken Man da hinten. Das ist scheiße. Chicken Man ist scheiße. Vielleicht kann jetzt der Trump... Vielleicht... Ja. Und weg ist der Trumpy Bumpy wieder. Trumpy Bumpy for the win! Make America great again, please! Geil. So, mach Chicken Man to... Toll. Was... Was kann denn die Hillary? Mal gucken, was die Hillary drauf hat. So, wirf du mal deine G-Mails durch die Gegend. Alter, die ist ja gleich mal weg vom Fenster hier. Boah, ne, die kann auch nix. Super, die ist noch ein bisschen schwächer als der Trump. Sehr, 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 sehr schade. So, mal schauen, was eine Reihe an Boxern anrichten kann. Alter, da kann ich ja mega viele platzieren von. Ja, gucken wir mal. Alter, bis die da hinten sind, ne? Ja, dann müssen die wieder weg. So, machen wir das mal strategisch ein bisschen. Versuchen wir es jedenfalls. Wir versuchen es. Jetzt hängen wir wieder an dem scheiß Level. So, Angriffsgeschwindigkeit. Wir machen mal hier ein paar. So, zack, 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 zack. Dann hier ein paar. Und... ach so. Okay, damit wär's das schon. Okay, okay, okay. Gut, gut, die sind halt extrem langsam. Extremst langsam. Aber die Masse macht's. Die Masse macht's halt. Mal gucken. So, komm, hau hier drauf. Dann machst du deine eigenen Leute auch noch kaputt. So ist doch gut. Und jetzt fangt an, nach hinten zu laufen. Fangt an, nach hinten zu laufen, Leute. Aber ich glaub, der Chicken Man, der macht sie alle. Der macht sie alle. Ich hab verloren. Sehr, sehr schade. Okay, sehr, sehr schade. Zurücksetzen. Napoleon. Nein, mal schauen, was wir... Hier, bei Eigen Samurai Master. Da hätte ich gerne einen von. Und Ninja Master hätte ich auch gerne einen von. Vielleicht auch zwei. Machen wir mal das da. Oh, der geht ab. Der geht ab. Die sind ja gleich weg. Die sind ja gleich weg. Die sind ja gleich weg. Warum? Aber die haben ja keine Gesundheit. Dann machen wir halt hier nochmal drei Stück mehr. Das gibt's doch nicht. Die sind halt arschlarm, ne? Muss man dazu sagen. Die sind arschlarm. Und gleich halt mal weg vom Fenster. Einer ist noch... Na toll. Zack, weg. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. So, Kreuzritter. Wir probieren einfach nochmal das hier. Mal schauen, was das ausrichtet. Schieß. Nichts. Toll. Gut, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zu dem. Drei Stück platzieren. Mal gucken, was die so machen können. Jetzt kommen auch die Dinger ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, wir sollten vorne noch welche platzieren, damit die im Hintergrund ein bisschen... Wir haben ja... Was hatten wir denn nochmal? Boxer hier. Wir können auch nochmal Pisens platzieren. Die machen ja nix. Und die, da können wir zwang... Wie viel Stück? 20 Stück können wir davon noch platzieren. So. Warum auch nicht? So. Die werden zwar von uns teils selbst abgemurkst, aber okay. So. Jetzt kommen die da nach vorne. Jetzt wird's erst spannend. Jetzt wird's spannend. Oh. Den hat's gegeben. Dem hat's gegeben, du. Aber volle Kanne. Ah. Schade. Okay. Mach ich die da mal kurz noch weg. Wir können nochmal probieren. Ja, eigentlich schon, ne? Probieren wir mal... Können wir nicht. Ah, die kosten auch 300. Zwei Stück kann ich davon platzieren. Ist das ein Witz? Na gut. Probieren wir's mal. Die sollten die ja wegfetzen ohne Ende. Naja, super. So ganz funktioniert das nicht wie geplant. So, jetzt schieß halt. Komm, es ist noch einer da. Wenn der euch platt macht, wenn der euch platt macht, bin ich böse. Wenn er da bleibt. Ja. Geil. Alter. Jetzt wird's heftig. Jetzt wird's heftig. Wikinger. Ah. Wir können eine Axt. Naja, ok. Eine. Ich will nochmal ein paar von denen. Ganz viele von denen will ich. So. Ich will noch eine Axt. nochmal sehen, wie die attackieren. Headbutter sind das. Headbutter. Alter, wie geil. Die gehen wirklich immer auf den Arsch, kann das sein. So sieht es jedenfalls aus. Und ich glaube, wir gewinnen. So sieht das jedenfalls aus. Wie geil. Victory! Wir haben hier nicht den Arsch gefickt. Ja! So, was gibt es jetzt? Oh. Axtkrieger. 2500 haben wir. Dann machen wir auch mal Wikinger. Wir gehen nochmal aufs Ganze. Wir gehen auf die Masse. Auf die Masse gehen wir. Aber komplett auf die Masse. Die haben auch Headbutter dabei. Alter. Was für ein Clash. Aber heftigst, heftigst. Es ist so witzig. Es ist so witzig. Aber. Es sieht momentan noch so aus, als wären wir in der Überzahl. Wie sich das anhört. Ja, aber die können es halt noch rausreißen, ne? Die können es halt echt noch rausreißen. Und es sieht auch so aus, als würden sie es tun. Fuck! Die Musik passt gerade dazu. Der letzte Krieger. Er kämpft um sein Leben. Doch ist es genug? Genügend Einsatz? Nein. Er wurde besiegt. Schade. Okay. Zurücksetzen. Sehr schade. Mal gucken, was Mission Napoleon anrichten kann. Vielleicht kann der auch noch was dazu beitragen. Vielleicht hier mit seinen geilen, geilen Kanonen. Wer weiß. Wer weiß. Starten. Bitte schieß nicht da. Okay. Das kann ich nicht mit ansehen. Das ist ja unmöglich. Komm, mach es doch mal da hin. Die haben ja keine Fernkampfwaffen. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Naja, doch schon ein bisschen. Schon arg. Okay. Der ist weg. Sobald die Headbutter da sind, werden die überrannt ohne Ende. Das heißt, wir gehen mal auf das Ganze hier. So. Und einen noch. Dann 100 haben wir noch. Ja, nehme ich noch zwei von denen. Mal gucken, was die so... Wahrscheinlich nichts, aber... Vielleicht können die da noch was anrichten, ne? So wie die es... Naja. Nicht wirklich, aber immerhin etwas. Die konzentrieren sich dann halt auf einen Punkt und können dann von denen hier... ...nicht kaputt gemacht werden. Toll. Das ist super. So wie das läuft. Mach doch die da kaputt. Mach doch die kaputt. Na los, mach sie kaputt. Jetzt dreht er sich wieder weg. Oh. So, aber das scheint recht effektiv zu sein. So wie es aussieht. Die stehen nicht wieder auf. Oder doch? Ich weiß nicht. So, jetzt konzentriert euch auf das. Auf das da. Konzentrieren. Na los. Alter, wie geil. Wir können es noch gewinnen. Wir können es noch gewinnen. Die Musik. Spannend. Drei Stück sind noch da. Das ist halt schon geil. Der da hinten hält die da immer fern. Und da hinten sind auch noch welche. Ah ne, die sind tot. Okay. Aber zwei sind noch da. Einer ist... Zwei sind noch da. Okay, ich hab... Drei sind immer noch da. Fuck. Jetzt hab ich mein Bildschirm vollgespuckt. Ups. Einer ist noch da. Natürlich, das schaffen wir locker. Bam. Headshot. Na los, steh doch auf. Hä? Wo ist denn noch jemand? Ach was. Der hängt nur fest. Na toll, jetzt muss ich warten, bis der ernsthaft... Geil! Geil! Geschafft! Wie geil! 2000. Alter, jetzt haben die auch... Natürlich. Oh, scheiße. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch welche platzieren. Die waren bis jetzt echt am effektivsten, ne? Solange sie zielen konnten. 200? Was mach ich jetzt mit 200? Ja, was hab ich denn an Wikingern? Na, dann mach ich doch mal so einen Berserker hin, oder? Geil! Na los, klatsch sie weg! Natürlich, der wird komplett überrannt von denen. Und von... Na toll, und der ist tot. Der hat keinen einzigen, glaube ich, getötet und ist schon weg. Na los, klatscht sie! Klatsch sie weg! Konzentrier dich doch auf den da! Konzentrier dich doch erstmal auf die Fernkampfwaffe! Was ist denn das für eine Strategie? Du musst doch erst die Fernkampfwaffe ausschalten! Nee! Kann man da nicht irgendwas... So, weißt du was? Jetzt machst du das. So. Und den da noch. Einfach aus Prinzip. Mal gucken, was der kann. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Na ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, und jetzt ist er weg. Toll! Egal! Gut! Kann passieren, kann passieren. La 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 la! So, erstmal weg den Typen. So, das Ding hier drüben ist auch gleich weg. Ah, es ist noch nicht kaputt, aber schon nicht mehr tauglich. Alles klar, wir machen nochmal zurücksetzen. Griechenland haben wir auch noch nie benutzt hier, ne? Asien. Ja gut, es bringt auch nicht so viel. Der da bringt, glaube ich, viel. Mal schauen, was passiert, wenn wir vier von denen platzieren. Die laufen halt auch nicht wirklich, ne? Aber die können gut springen. Das ist gut. Das ist recht gut. Aber ihr solltet euch darauf konzentrieren, zuerst den hier hinten auszuschalten. Das ist nämlich das Problem. Oh. Das ist nämlich das Problem. Das ganze Problem. Aber, wie immer, wir könnten es noch schaffen. Könnten wir eigentlich nicht, aber... Okay, eben, außer er verfehlt. Außer er verfehlt. Was er nicht so oft tut. Okay, gut. Jetzt renn weiter, renn weiter, 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 weiter. Okay, fuck, der ist weg. Der ist weg. Der letzte da hinten noch. Und der ist auch gleich weg vom Fenster. Das ist eben das Problem. Man sollte hier hinten sich darauf konzentrieren. Auf den da. Aber die hier sind gar nicht so verkehrt, ne? Ich glaube, ich lasse die auch mal da. Also einen zumindest. Vielleicht ist das hier auch gar nicht so verkehrt. Mach ich auch mal da hin. Und dann mach ich noch mal einen von... Äh, das kann ich nicht sehen. Super. Mal gucken. Mal gucken, was das macht. So, einer ist weg. Schade. Zwei sind weg. Ah, aber der hier ist auch nur weg. Weil die sich gegenseitig gerade umgebracht haben. So, starten wir mal. Ah, wir sind schon wieder über der Zeit. Na los, jetzt mach den doch endlich mal kalt. Dass wir am Ende der Folge immer an so einem Ding hängen bleiben. Das ist unmöglich. Ich meine, zwangsweise bleiben wir am Ende einer Folge an so einem... Sorry. An so einem Ding hängen, aber... So, jetzt komm, macht mal hinne hier. Jetzt schieß. Schieß. Geil. Ja. Wow. Au. Geil. Und ich würde hiermit sagen, auf morgen bis wiedersehen. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu subscriben, falls ihr neu seid. Puh. Oh Gott. Schaut auf meinen Social Media Kanälen vorbei. Und auf morgen bis wiedersehen. Euer Sauki. Ich bin raus. Ciao.